Wir haben in der Bellonecke Diego de Ambrosio vom Dragon Fight Gym aus Dörremagen wird trainiert und betreut von Vater Pasquale de Ambrosio und in der Rosenecke Mika Thelen vom Energy Team aus Kirchen wird trainiert und betreut von Bachra. Drei Runden, eine Minute Kickboxen bis 33 Kurs an. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Tör Sehr schön, die Beine, sehr gut. Sehr schön! Mika, weiterfuhren! Ja! Mika, Mika! Sehr schön! Low kick, Mika! Innen! Sehr schön! Mika, innen low kick! Raus! Sehr schön! Bleibt dran! Low kick! Ja! 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 Bravo! Genau so, Dego! Mika, low kick! Ja! Sehr gut! Mika, low kick! Ja! Sehr gut! Sehr schön! Ja, sehr gut! Ja! 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 Sehr gut! Ja! 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 Jawoll! Mit der Low Kick! Low Kick! Arbeiten! Arme hoch! Es geht weiter! Mit der Low Kick! Ja! 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 Und Low Kick! Ja! Low Kick! Sehr schön! Ja! 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 Die Punktrichter waren sich einig! Sieger mit 3 zu 0! Richterstimmen! Die Blaue Enkel! 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 Vielen Dank.